so und damit begrüße ich euch alle ganz herzlich hier zu einem neuen video von linux windows der mac hilfe und heute geht es um ein um eine neue vorstellung um ein neues system was sie euch gerne vorstellen möchte ich habe das video zu diesem system ja schon mal gemacht ist es schon natürlich ein bisschen her also das installations video aber nichtsdestotrotz habe ich mir gedacht kommen machen wir das grundlagen video auch weil hier handelt es sich wirklich um eine richtig coole community distribution und das im wahrsten sinnen das war das ist eine community distribution und zwar ist es tatsächlich ein abkömmling von up to site ja up to site wenn up to site oder up to sieht wie auch immer man das ausspricht nichts sagt das ist eine linux distribution gewesen vom entwickler stefan lippers holmann und natürlich dem up to site team dahinter was auf debian aufgesetzt hat bzw auf den debian unstable zweig und somit immer wieder aktuelle pakete mit gegeben wurden und das problem aber war daran dass man nicht so zufrieden war bei oder die heutigen seduction entwickler waren nicht mehr wirklich so zufrieden mit der ganzen sache wie sich das entwickelt hat und so weiter und deswegen hat man sich dann dazu entschieden im juli 2011 eine eigene distribution zu entwickeln konnte man ja ist ja quelloffen kann ja jeder machen nur wenn ich wenn mir jetzt heute die distro nicht gefällt kommen ich mache einfach eine eigene das geht deswegen gibt es ja auch so viele distros kann ein vorteil kann aber auch ein nachteil sein das muss natürlich jeder selber wissen auf jeden fall ist seduction ein eine sogenannte rolling release distribution was ist eine rolling release distribution es ist eine distribution die er einmal installiert und danach theoretisch nicht upgraden müsst das heißt also kernel updates programm aktualisierungen kommen einfach als ganz normale updates rein werden installiert gegebenenfalls müsst ihr den rechner einmal neu starten und dann war es das und bei viertel oder halbjährlichen update upgrades auf hauptversionen oder zum beispiel auf jährliche version da müsst ihr halt ja da werden halt die ganzen programme oder komplett alles halt erst dann installiert wenn es soweit ist beziehungsweise in diesen hauptversionen und nicht von vornherein klar firefox und so wird natürlich permanent geupdatet aber jetzt so sachen wie zum beispiel neuer linux kernel kommt halt zum beispiel je nach distro nur mit einer neuen version daher und wird nicht abwärts kompatibel in der regel ubuntu ist da zum beispiel so ein bisschen die ausnahme natürlich und liefert das natürlich auch für ältere distributionen aus die auf lts basieren aber ihr wisst was ich meine ist halt immer so ein bisschen ja will man das will man das nicht muss glaube ich jeder selber wissen auf jeden fall haben wir hier eine knallhart aktuelle version von seduction und wenn ihr euch jetzt fragt was ist denn das für name nun der name leitet sich tatsächlich aus zwei begriffen ab und zwar dem wort sieht das ist der codename von debian unstable und dem englischen wort seduction was verführung bedeutet ja also eine ziemlich coole sache und wer mehr zu dieser zu dieser distro wissen will kann sich gerne mal unten in die kommentare beziehungsweise auf die homepage von seduction mal so ein bisschen umschauen ich habe dazu ja auch schon mal ein video gemacht und so ein bisschen die homepage erklärt so ein bisschen gezeigt ist auf jeden fall ziemlich coole sache und macht auf jeden fall richtig richtig laune das ganze sich so ein bisschen auch aus der nähe anzugucken falls ihr euch jetzt fragt warum um alles in der welt hat jetzt seduction zum beispiel wenn man sich jetzt mal das ganze so anguckt wir haben hier die version 23.1.0 ein oder kaum ja ich sage jetzt mal kaum desktop umgebungen dann hat das ganz einfach eine etwas traurigeren hintergrund wie nämlich der ferdinand thomas auch sagt und zwar hat es einfach damit was zu tun dass zum beispiel made gnome cinnamon nicht mitgeliefert werden weil einfach das team nicht groß genug dafür ist und vor allem einfach keine zeit hat sich um das zu kümmern deswegen das team ist wirklich klein paar leute sind und deswegen das was hier gezeigt wird finde ich richtig groß richtig gut und man sagt auch man kommt auch als einsteiger zurecht das werden wir jetzt mal testen das werde ich mir jetzt mal angucken und ich bin gespannt wie euch das ganze gefällt zuallererst mal haben wir hier als hintergrundbild diese schöne futuristische schildkröte sage ich mal mit den elefantchen hier drauf sieht ziemlich gut aus dann haben wir natürlich denke ich über debian für die ganzen jahre zusammenarbeit und ja ziemlich toll dann haben wir hier unten zwei virtuelle desktops das was windows 11 als große neuerung ankündigt wie gesagt kennt debian seit anfang an glaube ich dann habe ich hier noch den punkt arbeitsfläche anzeigen das heißt also wenn ich jetzt zum beispiel hier das handbuch öffne so sieht das hier aus zum beispiel oder dann hier noch das kontrollzentrum öffnen und dann mit dem desktop anzeigen lassen will dann klicke ich einfach drauf und mir wird es angezeigt wenn ich die anwendungen die ich offen hatte wieder wieder in den vordergrund modus schicken möchte klicke ich wieder drauf und das ganze ist gemacht so und zwar möchte ich heute gerne eine version vorstellen die wahrscheinlich kaum einer was jetzt gezeigt hat und zwar tatsächlich die variante mit dem lx qt desktop und zwar ist das vor allem eine variante für rechner die nicht so hardware hungrig sind oder der hardware schwach sind deswegen würde ich mal interessieren wie findet ihr das was sagt ihr dazu wie findet ihr das wo die oberfläche gebe wie gesagt man der reihe nach durch zusammen kommen wie gesagt immer in die kommentare euren meinungen schreiben was ihr euch auffällt was ich verbessern könnte und was ihr auch vielleicht für programmvorschläge habt die ich mal zeigen soll wir haben büro sachen da wir natürlich ganz klassische libro office man kennt kann ich auf textdokument klicken wunderbar ins deutsche übersetzt funktioniert tadellos also funktioniert wirklich wunderbar wir haben hier quasi die gesamte büro office suite von libro office mit drin dann grafik haben wir in scape drin wir haben natürlich auch nomax drin wir haben auch gibt mit drin das finde ich ganz ganz cool also dass auf dem nicht verzichtet boden nur zum beispiel wenn ich jetzt an ubuntu denke da ist ja raus geflogen leider und bis heute nicht wirklich wieder rein gekommen und hier wird geben noch mitgeliefert und das finde ich ziemlich ziemlich cool auf jeden fall ist das eine schöne sache weil man auch dadurch natürlich nichts groß mehr nach installieren muss und direkt loslegen kann und arbeiten kann und so weiter also das ist eine schöne schöne sache dann thema internet haben wir natürlich verschiedene sachen zum einen hier den hex chat dann den irc chat dann natürlich ssh aktivieren deaktivieren kann man direkt quasi per klick machen dass man quasi über ssh darauf zugreifen kann auf den rechner dann natürlich der gemeld client thunderbird und natürlich ganz klar selbstverständlich den mozilla firefox den öffentlich jetzt mal kurz weil ich möchte gerne mal mit euch zusammen gucken in welcher version ist der verfügbar genau in der 116 punkt 0 also wir haben hier keinen es eher also extended support beziehungsweise die version die ich glaube alle halb jahren nur geupdatet wird komplett und zwischendurch sicherheitsupdates eingespielt werden die ist hier nicht mit drin also hier ist die normale firefox version die alle vier wochen glaube ich mittlerweile aktualisiert wird dann haben wir natürlich spiele oder haben da haben wir jetzt hier so was sagt mir jetzt ehrlich gesagt gar nichts wenn ich ehrlich bin dann haben wir systemwerkzeuge natürlich die das kd partitionsverwaltungswerkzeug systemprofil und benchmark dekonfeditor kernel remover das ist ein tool mit dem man kernel genau ich habe aktuell nur ein kernel installiert deswegen deswegen zeigt er mir nichts anderes an aber wenn ich jetzt ältere kernel drauf hätte zum beispiel könnte ich die noch löschen das würde auch gehen aber auch hier wie immer gilt der disclaimer leute vorsichtig was ihr was ihr was ihr was ihr an eurem rechner macht dann haben wir unterhaltungsmedien da ist zum beispiel der vlc media player nicht dabei aber kann man alles nach installieren zeige ich euch gleich zubehör haben wir selbstverständlich natürlich auch jede menge also zum beispiel hier ein desktop wiki name note notizbuch hinzufügen seht ihr also man kann quasi hier sehe ich sehe ich sein eigenes wiki sogar damit erstellen ziemlich cool dann haben wir natürlich die ganzen einstellungen dazu komme ich gleich über lxqt wir haben hier die version 1.3.0 und ob das die aktuelle version ist jetzt gehen wir mal auf die homepage zusammen und schauen uns das ganze erstmal in gänze an ob wir denn auch die aktuellste version hier haben und zwar tatsächlich hier ist nämlich im april wir haben wir haben die neueste version wie gesagt ist vor allem für rechner mit hardware also die hardware schwach ist das sieht man auch so ein bisschen an der oberfläche und hat in meinen augen sehr sehr ähnliche verwandtschaft zu tatsächlich zu dem xfce xfce sieht für mich sogar sehr ähnlich aus wie xfce so ein bisschen aber wenn wir meine kommentare schreiben wie ihr das seht gehen wir mal zum punkt wie kann ich die programme installieren und entfernen und zwar theoretisch könnte man eine software sender auch hier nach installieren aber es gibt da etwas wo ich sagen muss das ist natürlich viel viel besser und zwar die synaptic paketverwaltung das kennen eingefleischte linux enthusiast natürlich aber anfänger nicht so das ist eine zusammenfassung eine 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 oberfläche wo die ganzen programme die mitgeliefert werden grafisch dargestellt werden als text oder manchmal auch mit bildern je nachdem und mit dem kann man ohne probleme richtig richtig schöne grafische durch navigieren und programme installieren und entfernen wir rufen wir das auf wir gehen nicht unten hier drauf dann gehen wir auf einstellungen hier und auf die synaptic hier paketverwaltung klicken wir drauf jetzt müssen wir unser passwort eingeben natürlich was wir bei der installation festgelegt haben und tada so sieht das ganze aus wie gesagt sehr schlicht sehr rudimentär aber es geht ja um die sache und ich habe ja gesagt ich möchte gerne den vlc media player installieren da gehe ich hier auf die suche und gebe einfach vlc ein und jetzt sucht er quasi und jetzt sucht er quasi und da müssen wir natürlich ein bisschen runter scrollen und hier haben wir den vlc klicken wir einmal auf den haken mit der recht mit der linken maustaste zum installieren vormerken klicken wir auf vormerken klicken wir auf anwenden jetzt sagt er was er unverändert macht und was er installieren tut noch wir sehen hier nämlich was er alles macht wir sehen auch hier er soll die anwendungspakete nur herunterladen das geht auch dass wir quasi installation selber starten können wir sehen wie viele programme werden installiert wir können uns auch hier die details dazu anzeigen was genau installiert wird finde ich persönlich immer ganz ganz toll weil wenn es irgendwo hakt sehe ich welches paket und kann dann auch in den vorher entsprechend rum suchen wir klicken wir mal hier auf anwenden und dann klicken wir hier auf einzelne sind auch details und hier sehen wir quasi alles was er macht ihr habt gesehen ich meine internetleitung geht das natürlich richtig richtig schnell richtig richtig gibt ihm und entsprechend ist er mit der installation natürlich sehe ich auch vollkommen schnell fertig zack dann gehen wir hier unten wieder auf unseren button da unterhaltungsmedien und starten vc media player und wir sehen wir haben ihn hier in der version 0 3.0.18 also in der aktuellen oder fast aktuellen je nachdem wann ihr das video sehen tut natürlich jetzt ist es so wir wollen die natürlich wieder deinstallieren weil wir zum beispiel sagen ja dazu haben wir hier verschiedene möglichkeiten wenn wir uns hier mal so ein bisschen das ganze angucken können wir natürlich zum beispiel pakete einstellungen wir können hier auch zum beispiel filtern das geht natürlich auch nur suchfilter da haben wir aber auch natürlich noch die einstellungen werkzeugleiste paketquellen dazu komme ich gleich und eben info und eben die version da wir aber natürlich entsprechend das ganze hier wieder natürlich deinstallieren möchten gehen wir hier also wieder auf die suche wieder vlc scrollen hier wieder ein bisschen nach unten haben hier vlc zum vollständigen entfernen vormärkten klicken auf nein da wollte ich jetzt nicht klicken auf anwenden klicken auf anwenden zack und der vlc media player wurde entfernt was nicht entfernt wurde habe ich gerade gesehen sind natürlich die ganzen anderen pakete die müsste man natürlich dann alle noch der reihe nach komplett natürlich sind ja vollständig entfernen wenn ihr da btw noch einen tipp habt vielleicht habe ich auch irgendwas übersehen hauls bei denen kommentare anwenden zack und die sache ist erledigt weil das nämlich immer die restdateien die übrig bleiben nach der installation der system wo unter umständen richtig vollmüllen können das muss echt nicht sein jetzt kommen wir mal zu den paketquellen da können wir nämlich noch sogenannte ppas hinzufügen wo wir zum beispiel aus einer normalen stable version von einem programm eine beta version runterladen können oder sogar eine testing version beispielsweise mit wine wine is not emulator das geht zum beispiel damit habe ich euch mal hier oben verlinkt ist schon ein relativ altes video wird ein update auf jeden fall in der nächsten zeit vielleicht dieses jahr noch kommen wir gehen dazu mal auf die einstellungen und auf paketquellen und wir sehen hier schon hier haben wir wahnsinnig viele entsprechende paketquellen und wir sind aktuell hier im unstable zweig wir können aber auch hier im testing die bugging rein oder eben experimentell da könnt ihr quasi euch austoben wie ihr wollt ihr müsst halt nur wissen dass gewisse software die dann installiert wird womöglich sehr buggy sein kann das müsst ihr wissen ich lasse jetzt erstmal alles einfach nur damit ihr bescheid wisst was wir natürlich auch einstellen können sind hier die einstellungen da können mich verschiedene sachen einstellen spalte seht ihr hier dann farben dateien netzwerk wir können natürlich auch ein proxyserver verwenden wenn wir eins haben zum beispiel z scaler oder eben die distribution so dann kommen wir mal zum punkt aktualisieren das geht übers terminal natürlich oder halt hier rüber und zwar alle aktualisierungen vormerken und dann hat er doch hier doch ein paar updates klinger vormerken verfügbare aktualisierungen wurden erfolgreich vorgemerkt dann klicken wir auf anwenden jetzt sagt er wie viel herunterladen muss wie viele pakete ins aktualisiert werden und wenn ich jetzt hier anklicken seht ihr hier zum aktualisieren seht ihr hier werden doch ein paar programme aktualisiert python und so weiter meser kling auf anwenden und ihr seht das ganze wird heruntergeladen und zwar einige der pakete konnten nicht vom server geladen werden wollen sie fortfahren am paket ja da hätte ich mir jetzt gewünscht dass er sagt was für pakete sind das aber das kann man sicherlich auch im log file noch nachlesen was ihr euch damit einfach zeigen möchte sagen möchte ist dass das ganze hier soweit genau jetzt kommt ihr mir auch ein fehler und zwar was nicht heruntergeladen werden konnte könnte man so könnte man euch so ein bisschen nachrecherchieren und ja auf jeden fall wie auch immer klicken wir noch mal drauf anwenden und ihr seht hier das sind aktuell fünf pakete da müsst ihr mal gucken vielleicht habt ihr da im internet was wie auch immer schließen wir das ganze mal ja und was ich jetzt noch kommen möchte ist natürlich zum thema wie kann ich mein system konfigurieren und zwar konfigurieren in dem zusammenhang dass ich zum beispiel ein hintergrundbild ändern kann ja kann man es gibt aber soweit ich gesehen habe nur das hier wenn ihr andere hintergrundbilder wollt müsst ihr aus dem internet gibt es diverse internetseiten wo ihr euch kostenlos legale quelloffene hintergrundbilder und so weiter herunterladen könnt machen wir mal hier ein rechtsklick und dann gehen wir auf desktop preferences das ist noch auf englisch ich hoffe das wird auf deutsch noch umgestellt weil ich ja das ganze mein system auf deutsch eingestellt habe dann gehen wir hier auf background und kann natürlich auch hier sagen color schwarz anwenden dann muss ich natürlich hier das ganze hier so einstellen dass er quasi sagt ich möchte das ganze schwarz ich kann aber auch sagen ich möchte das ganze quasi aller windows 2000 naja fast werden erinnerungen wach mein by the way mein erstes betriebssystem damals war windows 2000 mit dem ich gearbeitet habe naja so alt bin ich also ich habe mit windows 98 eigentlich nur bei meinem damaligen schulfreund berührungen gehabt aber sonst oder sogar windows 95 hatten die eltern sogar aber das ist ein anderes thema also jetzt will ich aber wieder hintergrundbild das zu finden gibt es nämlich hier auf user share wallpapers und dann giant schlicht strich wie die jpeg ich habe das hier genommen open klick auf anwenden kann aber auch natürlich entsprechend hier das ganze strecken oder auch nicht na also je nachdem ich will aber das ganze so dann haben wir noch die slideshow die wir einstellen können sehen wir hier wo wir quasi sagen können wann soll er die hintergrundbilder entsprechend ändern also quasi das kennt man ja von mac os x oder auch in windows ich glaube ich glaube windows 8 hatte die funktion eingeführt wo man sagen konnte schon windows 7 ich meinte aber windows 8 wo man sagen kann du hast verschiedene hintergrundbilder und willst je nachdem welches hintergrundbild du quasi hast entsprechend auch ganz simpel ganz einfach sagen okay ich möchte dass das und so weiter und sofort ja auf jeden fall ist es so dass man hier noch auch sagen kann was möchte man auf dem desktop haben kann man das kann sich nämlich auch anpassen oder eben nicht finde ich wie gesagt ziemlich ziemlich coole sache so was man natürlich auch noch machen kann ist dazu gehe ich jetzt hier unten mal sehen wir hier auf die konfigurations konfigurationszentrum oder auch auf die systemeinstellungen da kann ich nämlich gewisse sachen einstellen hier eben das erscheinungsbild zum beispiel doppelklick kann ich hier verschiedene sachen maus zeige kann ich ändern und so weiter ich kann aber auch und dazu komme ich jetzt benutzer hinzufügen und entfernen das ganze geht furchtbar simpel furchtbar einfach und zwar gehe ich dazu auf benutzer und gruppen doppelklick und kann hier entsprechend benutzer und gruppen hinzufügen wenn ich hier auf hinzufügen klicke dann sagt er natürlich ja anmelden name ist tux so klick auf ok jetzt will er natürlich das passwort von meinem benutzer haben das ist ok jetzt gebe ein neues passwort ein für deinen tux benutzer das mache ich natürlich gerne und das ganze ist mit einem passwort versehen so ich kann natürlich sagen system benutzer anzeigen das geht auch ja dann kann ich hier auf den tux benutzer natürlich auch ein doppelklick machen und natürlich auch gruppen erweitert oder eben allgemein sachen einstellen klick auf erneuern und da würde ich sagen probieren wir das so einfach mal dann gehe ich hier mal auf verlassen und dann gehe ich einfach mal hier auf den punkt ab melden da bin ich jetzt mal gespannt genau tada seht ihr hier hier ist mein benutzername und jetzt gebe ich einfach mal den benutzernamen ein den ich vorher hatte nämlich tux 1 meinte ich war das und das passwort dazu nochmal ja ihr seht manchmal ist das system doch ein bisschen zickiger als ich dachte so jetzt habe ich tatsächlich den benutzer angemeldet bekommen das war eine kleine geburt und zwar ich habe jetzt einfach mal einen neuen benutzer angelegt tatsächlich und zwar tux 2 damit ihm das aber auch glaubt mache ich doch nochmal einen damit ihr auch seht dass das klappt manchmal ist das system fast schon ein bisschen unheimlich weil manchmal geht es manchmal geht es nicht wenn ich benutze und gruppen so tux 2 entfernen ja das passwort eingeben klar gehen wir wieder auf hinzufügen und ich würde sagen ich will einfach mal tux als benutzer so aus wie der klick auf ok benutzer beziehungsweise das passwort so tada so alles wie gehabt also gehe ich auf schließen gehe ich hier rauf gehe auf abmelden und dann bin ich hier am ausfall dialog gebe tux ein und dann das passwort und bin drin mit dem benutzer tux wunderbar hat geklappt und auch mit dem internet wie ihr seht bin ich hier wunderbar verbunden so dann würde ich sagen tun wir uns wieder abmelden vom system da ich euch auch zeigen möchte wie man ihn löschen kann das habt ihr wahrscheinlich jetzt vorher schon gesehen aber es ist ja auch eine wichtige sache benutzer löschen wenn man ein benutzer nicht mehr auf den rechner drauf lassen möchte und so weiter dann ist das natürlich auch entsprechend wichtig so und löschen tut man ihnen indem man die system einsteuer system einstellungen aufrufen tut und zwar indem man hier unten drauf klickt habe ich euch ja schon mal gezeigt wenn ihr das hier unten nicht habt btw könnt ihr auch hier auf klicken einstellungen und dann auf lxqt system einstellungen und dann habt ihr hier nochmal so eine ja ich würde sagen wie schnell zugriffsleiste da gebe ich auf benutzer und gruppen wir können aber auch natürlich das konfigurationszentrum natürlich auch hier rüber seht ich hier öffnen da wird uns das angezeigt wie wir wollen so dann haben wir hier die einstellungs leiste und haben hier den benutzer tux dann klicke ich hier drauf dann sage ich löschen sind sie sicher dass der ausgewählte benutzer löschen möchten ja passwort also vom benutzer nicht vom benutzer tux sondern von meinem benutzer und gelöscht natürlich könnte ich auch noch hier ein paar in die eigenschaften von meinem benutzer gehen den anmeldenamen ändern die gruppe oder eben die erweiterten sachen so dann war es das soweit was ich euch noch zeigen möchte natürlich drucker wie kann man drucker hinzufügen das ist ja auch so ein thema was ja auch immer wieder aufkommt und zwar gehen wir hier unten wieder drauf dann auf einstellungen und auf druckereinstellungen und dann können wir hier auf hinzufügen klicken und dann netzwerkdrucker finden und in der regel sucht er jetzt hier quasi und ihr seht hier wir haben jetzt hier den netzwerkdrucker gefunden ich klicke auf vorwärts jetzt sucht er nach treibern in der regel lädt er sich da die generic treiber also die standard treiber die so mitgeliefert werden herunter in der regel macht er das aber tatsächlich auch vollkommen automatisch also ihr müsst ja gar nichts machen der sucht sich den drucker bindet ihn ein automatisch zack ich klicke hier auf anwenden das seite will ich nicht drucken und hier habe ich mein office chat pro wo ich doppelklick machen kann und hier kann ich verschiedene sachen einstellen beschreibung ort wo der drucker ist url dann die richtlinie kann ich einstellen ich kann zugriff kontrolle drucker option kann ich hier einstellen zum beispiel doppelseilig drucken oder nicht dann auftragsoptionen kann ich einstellen oder tinten und den füllstand könnte ich hier sehe ich hier entsprechend sie entsprechend hier an ansehen und so weiter und so fort das geht wunderbar und so weiter ja dann war es das soweit von diesem video ich sage danke fürs zuschauen jetzt hat er hier gerade tatsächlich eine testseite gedruckt ja obwohl ich ihm gesagt habe nein aber gut so kann das mal passieren auf dem video das war es in diesem video vielen dank fürs zuschauen ich bedanke mich bis zum nächsten mal und tschüss was ihr euch noch zeigen wolltet habe ich es gerade vergessen wir haben hier natürlich eben ein handbuch oder auch ein IRC klicke ich hier drauf mein nick name ok und der IRC ist quasi ein 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 Chatprogramm geht wie beim Hexachat hier seht ihr hier und da können wir quasi Fragen stellen seht ihr hier hier sind auch einige drin und entsprechend kann man zum Beispiel sagen guten morgen ich mache eben ein Video für euch ne und entsprechend kann man es eben hier eintragen und entsprechend kriegt man dann auch Antworten oder nicht hier sind nämlich einige User insgesamt 34 drin also so unbekannt ist das jetzt hier nicht tatsächlich aber ich wollte euch das nur sagen da kann man auch in Interaktion mit den Leuten treten und ich finde es wie gesagt eine richtig richtig coole Sache wenn man schnell Fragen hat kann man hier rein ist halt immer auch die Frage wie viel Uhr es ist ne manchmal kriegt man Antworten manchmal keine aber ich würde sagen ich beende das Video für heute und sage danke fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal und tschüss